Deutschland bietet seit 2002 einen offiziellen WRC-Kurs an, bei dem ausschließlich auf Asphalt gefahren wird. Die sich windende Route erfordert einen aggressiven Fahrstil, bei dem aufmerksame und präzise Fahrer belohnt werden. Los, 60, links 6, 80, links 5, rechts 3, dann links 4, 60, links 3, Barriere außen, scharfe Kurve, 40, rechts 3, Verengung, links 3, Bäume innen, 60, rechts 5, nicht schneiden, links 5, Gebäude innen, 100, dann rechts 2, 150, mittig halten, links 2, links 6, in rechts 2, Mauer auf, 80, links 5, in rechts 4, nicht schneiden, links 2, links 2, links 6, in rechts 5, 60, dann rechts 2, 40, links 4, links 4, dann rechts 5, und links 4, öffnet sich, Kuppe, rechts 5, lang, 150, Bodenwelle, links 3, sehr lang, 40, rechts 4, auf, Kuppe, rechts 4, links 3, mittig halten, 80, links 4, lang, dann rechts 5, Bäume innen, links 3, lang, auf, Kuppe, und rechts 3, Verengung, Mauer innen, 80, rechts 6, links 3, Verengung, 80, rechts 4, in links 3, 60, auf, Kuppe, rechts 5, auf, Kuppe, rechts 3, 80, dann rechts 5, links 5, 40, rechts 2, 100, rechts 5, in links 3, Verengung, Gebäude aus, 40, rechts 3, Barriere innen, Ziel.